Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Per E-Mail seid ihr erreichbar. Ihr nutzt das Internet. Es gibt einen RB4-Chat, also einen Radio Bremen-Chat, der genutzt wird. Gar nicht wenig, wo sich sehr viele Jungs und Mädchen sich treffen, kennen und eventuell auch später mal heiraten. Hat es solche Fälle bei euch gegeben? Ja, wir haben ja diese Sendung Gefühlsecht, die sonntags immer läuft, also gerade für die Bremer gestern Abend wieder, für die Oldenburger vorgestern Abend. Und da gab es in der Tat schon Fälle, dass Leute, die das erzählt haben in der Sendung, die haben sich im Chat bei uns kennengelernt, lieben gelernt und geheiratet. Michi, das ist für Leute wie uns beide kaum vorstellbar, oder? Ja, also... Lass dir Frauen finden, die uns mögen. Ich glaube nicht. Da fällt mir ein, du hast... Michi, du hast doch sonst immer diese... Ich gucke deine Sendung ja sehr oft und regelmäßig. Du hast doch sonst immer diese DDR-Klamotten an. Ja, ich... Ja, es ist wahr. Warum heute ausgerechnet, heute, wo sogar Rudi Carell da war und der Dicke und ich, warum heute ausgerechnet diesen Polyester-Zinn? Ja, ich muss es ganz ehrlich so sagen, ich bin ja bei einem Sender, ich kriege ja kein Honorar dafür, dass ich was mache und ich muss immer irgendwo sehen, wo ich meine Sachen herkriege. Und ich habe guten Draht zur Kleiderkammer vom Deutschen Roten Kreuz. Und die Leute, die Leute, selbst in der Kleiderkammer haben mich nie ernst genommen, offener Kanal Umland, das ist doch nichts, das kann doch nicht sein, das ist doch nur Gelaber, nur komische Musik, das ist nichts. Dann haben die meine Sendung gesehen, so wie du, und da sagte die Frau, du, ich habe da noch andere Klamotten, außer diesen Jogginganzug. Und ich glaube, meine Kleiderkammer-Dame hat sich richtig ins Zeug geworfen und mir Sachen organisiert. Was du wahrscheinlich nicht weißt, Michi, ist draußen, ja, draußen, wo du das nicht mitkriegst, weil du die ganze Zeit deine Sendung live machst. Draußen schließen die Menschen Wetten ab, ob während der Sendung noch deine Krawattennadel abstürzen wird oder nicht. Steht im Moment übrigens 12 zu 3. Die ist bombenfest, die stürzt nicht. Schade, ich habe dafür gewettet übrigens, dass sie noch abstürzen wird. Es ist übrigens auch, also es geht ja inzwischen so weit, dass die Damen jetzt von der Kleiderkammer für mich schon anfangen zu basteln. Die haben dann so einen alten Arbeitsspeicher noch gefunden, irgendwo aus ihrem ersten Rotkreuz-Rechner. Und den haben die mir recht nett zusammengebastelt. Also da nochmal recht herzlichen Dank. Das sind dann ausgerechnet in der Kleiderkammer Damen, die es mit den Augen nicht so richtig haben. Das ist mal ganz im Ernst, Michi. Ja. Ich bin jetzt ja auch kein... Jetzt nölen mal rum. Nein, es ist sie nicht nölen, es ist Auskotzen mehr. Michi, dieser Jogginganzug, da habe ich immer gedacht, das ist ein Spaß von Michi, da zeigt er mal schlechten Geschmack. Aber da stimmt ja gar nichts. Michi, wir stehen mal beide auf. Ja, machen wir mal. Wir fangen mal mit dem Kameramann unten bei den Schuhen an. Bei Michi. Oder vielleicht sollte ich mir das Schlimmste für zuletzt aufheben. Kann man Michis Schuhe einmal groß sehen? Ich bin höflich heute und sage Schuhe. Michi. Michi. Können wir die schon mal wechseln? Du kriegst meine, ich krieg deine, okay? Wollen wir das mal aus... Nein, nein, nein. Die jetzt ja nicht. Achso. So, dann machen wir mal weiter mit der Hose. Ich glaube, die ist feuergefährlich. Da darf man nicht... Nicht meine! Nee, du hast einen Vorschau-Monitor jetzt hier. Ah, ich verstehe. Ja, deswegen PVW. Ah, alles klar. Können die Zuschauer jetzt in Oldenburg und Bremen... Die Oldenburger verstehen das nicht. Auf jeden Fall, die Unterwäsche lassen wir heute mal aus, oder? Ja, es wäre dann ja auch was für gefühlsecht. Ja, kannst mal anrufen. Hättest gestern mal anrufen können. Oder, liebe Oldenburger, vorgestern. Ja. Also, insgesamt geschmacklich eine 4-, Michi, muss ich sagen. Ja, 4 Jahre passt doch. Sag mal, wir haben mal den Geschmack getroffen. Ich lasse doch mal applaudieren. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe bessere Klamotten an, wie die beiden zusammen, dann klatscht jetzt. Damit merke ich jetzt wieder, dass es viel zu wenig Modesendungen im deutschen Fernsehen gibt. So, ich denke mal, wir haben die Sendung schon fast geschafft. Nicht ganz. Wir wollen noch eine Schalte machen hinter die Kulissen. Und zwar hinter die Rechner, wo zwei Leute sitzen vor zwei Monitoren, die die ganze Zeit während der Sendung das Internet betreuen. Für alle Leute vor, vor gestern bereits live im Internet gewesen. Die Schalte, wie das ausgesehen hat, die machen wir jetzt. Und jetzt einmal die Schalte. Genau. Und da sitzt jetzt für uns der Mario. Hallo Mario. Grüß dich, Michael. Mario, erzähl mir mal, was hat sich heute im Internet getan? Ja, also nicht nur heute, sondern auch gestern schon. Seitdem senden wir nämlich live ständig Bilder aus den Kulissen und aus den Vorbereitungen. Heute natürlich auch live von der Sendung. Das heißt, die Sendung konnte heute schon live beobachtet bzw. geschaut werden übers Internet. Für die Zuschauer war das denn wieder ganz weit schon gelaufen halt. Das müssen wir jetzt nochmal dazu sagen. Ja, genau. Aber die kommen dann noch in den Genuss des Chats, den wir auch heute anbieten. Sowohl Montag und Dienstag auch. Und da tummeln sich wirklich viele Leute heute. Und ich hoffe, das wird Montag und Dienstag auch so sein. Und da möchte ich natürlich erstmal alle Chatter grüßen. Denn auch auf die, ja, die sind mindestens so wichtig wie die Zuschauer. Genau. Ich denke mal, alle sind wichtig. Vor allen Dingen die Zuschauer. Die Zuschauer, die wir hier heute im Publikum haben, vor den Fernsehgeräten, an den Radiogeräten. Wir werden ja an dem Tag, der denn ja jetzt schon gelaufen ist, inzwischen kennen wir das. Noch bis vier Uhr morgens Party machen. Was ohne Ende. Wenn ihr Geschmack gefunden habt am Programm, denkt daran, jeden Sonntag und Montag sind wir für euch da. Also zwei Tage die Woche machen wir für euch Programm. Also wenn es euch gefallen hat, uns wird es freuen, wenn ihr auch Reaktionen auf die Sendung uns zuhört. Das meint viele, der ist schon am Ende. Ist er noch ja nicht. Wir haben noch was. Wenn wir schon die beiden von Radio Bremen 4 nicht dazu kriegen, ein Didgeridoo zu spielen, dann suchen wir uns jetzt einen aus dem Publikum aus. Und jetzt gucken wir mal, gibt es jemanden, der sich mal probieren möchte an einem Didgeridoo? Unter fachkundlicher Anleitung von Volker Schill. Das Ganze gleich kurz hinter den Kulissen. Dankeschön. Das war fast freiwillig. Fast, nur fast freiwillig. Fast freiwillig. Bleib stehen. Du kannst gleich mit Volker hinter die Kulissen gehen. Du hast vier Minuten Zeit. Volker wird dir innerhalb von vier Minuten das Didgeridoo-Spielen vermitteln. Sicher. Ich frage dich jetzt vorher noch, wo kommst du her? Aus Stur. Du kommst aus Stur. Wie hast du von dieser Veranstaltung erfahren? Aus der Zeitung. Und wie hat es dir bisher gefallen? Super gut. Super gut. Und du meinst, jetzt ist es Zeit, Didgeridoo zu spielen? Unbedingt, ja. Genau. Dann gehst du mit Volker mal nach hinten. Vier Minuten habt ihr Zeit, um das Ganze zu üben. Didgeridoo geht in die Hand. Und wir hören noch einmal Musik live und in Farbe. Und von den Männern mit Vergangenheit. Und wie gesagt, Manege frei. Und wie gesagt, Manege frei. Als das Kind im Brunnen lag, als ich ganz am Abgrund stand. Und unter mir der Boden brach, als ich dich verloren hab. Der letzte Lebenswille in mir starb, als ich ganz am Boden lag. Mit meiner Herzen, meiner Hand und dem Wust meiner Gefühle, stand ich plötzlich ganz alleine da. Gebrochen und zerstör'n, keiner hat auf mich gehört. Und wie's mir ging, ja wie's mir ging, ja wie's mir ging, keiner hat danach gefragt. Oh, als ich nach langem kam. Dann resigniert die Waffenstrecke. Und ich alles verlor, was mir jemals wichtig war. Und wie gesagt, Manege frei. Und wie's mir ging, ja wie's mir ging, ja wie's mir ging. Keiner hat danach gefragt. Oh, als ich nach Freunden suchte. Und wie gesagt, Manege frei. Und wie's mir ging, ja wie's mir ging, ja wie's mir ging, keiner hat danach gefragt. Und wie gesagt, Manege frei. Und wie gesagt, Manege frei. Ja wie's mir ging, ja wie's mir ging, ja wie's mir ging, ja wie's mir ging, keiner hat danach gefragt. Danke, meine Damen. Die Männer mit Vergangenheit und meine Kameraleute wissen jetzt nicht, was hier läuft. Wir haben ja jetzt gerade einen aus dem Publikum gepickt, der Didgeridoo spielen soll. So, wir haben gut recherchiert, jetzt ganz spontan eben hinten in der Redaktion, du, die Freundin von dem jungen Mann ist auch da. Er ist hinten noch im Backstage, er ahnt überhaupt noch von gar nichts. Weiß auch noch nicht, was läuft. Wir werden jetzt erstmal seine Freundin auf die Bühne holen, sie ein bisschen ausquatschen, was er denn für ein Typ ist und ob er überhaupt in der Lage ist, so was zu machen. Und ich weiß auch, wie sie heißt, hier kommt Iris. Also, Applaus. So, Iris, ich gebe dir einfach mal ein Mikrofon. Ich meine, es war jetzt ein bisschen fies, du hast jetzt von nichts gewusst, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Dein Freund hat sich bereit erklärt, sogar spontan, freiwillig, jetzt Didgeridoo zu spielen. Ja, er ist unheimlich musikalisch. Also, ich denke mal, er wird den Volkshochschulkurs nicht mehr besuchen müssen. Nein. Kann er so was? Keine Ahnung. Spielt er Instrumente? Nein. Ist ja in der Lage, auf einem Kamm zu blasen. Nein. Vielleicht nicht auf dem Kamm. Vielleicht nicht auf dem Kamm. Oh Gott. Momang. Entschuldigung. Er zeichnet es auf. Nein, er wird das Montag oder Dienstag selbst sehen. Ich bin ja gespannt, ob er es kann. Ich auch. Erzähl mal, was ist er für ein Typ? Wie lange bist du mit ihm zusammen? Warum? Ich bin eine Ewigkeit mit ihm zusammen. Er hat mir noch nicht mal ein Lied vorgesungen bisher. Und von daher denke ich mal, also auf so einem... Wir haben solche Instrumente auch nicht zu Hause. Also es ist auch nicht zu Hause. Ihr wart also auch noch nicht in Australien. Wir waren jetzt auch noch nicht in Australien in der ganzen Ewigkeit. Aber ich denke mal schon, dass er da einen Ton rauskriegt. Was für Instrumente habt ihr denn zu Hause? Batteriebetriebene? Nein. Kann ich mir mal eins leihen? Ich brauche sowas nicht. Ich nehme die ohne Batterie. Das wäre jetzt fast was für RTL 2. Es ist doch schon spät. Mensch, es ist doch spät. Es ist doch nach 10. Wenn die Leute das sehen, ist das Kinderprogramm. Findest du? Machst du ein Kinderprogramm oder was? Im Moment schon. Für Erwachsene kommt später. So, Iris. Wir wollen sehen, ob dein Freund in der Lage ist, dir auf einem Didgeridoo ein Liebeslied zu spielen. So, und hier kommt der VHS-Künstler Volker Schill mit unserem Kandidaten, von dem ich den Namen gar nicht weiß. Jörg. Jörg. Let's talk about TV. Anna. Jörg. Du siehst, wen wir auf die Bühne geholt haben. Ja, sehe ich. Wer ist es? Noch peinlicher. Meine Freundin. Oh, sag mal. Das war aber frech. Die Musik meinte ich damit. Ja, du solltest deiner Freundin jetzt ein Liebeslied auf diesem Didgeridoo beibringen. Die beiden Moderatoren von Radio Bremen 4 und Double Faces werden das hinterher bewerten. Ja, wunderbar. Nur weil ihr beide zu feige wart, muss ich das jetzt machen. So, dann Jörg. Soll ich probieren, ja? Nicht los. Ja, Mann. Also, so höre ich mich an nach Weißkohl-Essen, ungefähr. Erstmal trocken. Danke. Darst du ihn? Weniger trocken. Es wird. Darst du ihn? Oh, es wird. Es sind jetzt grüne Bohnen. Gut. Weniger trocken. Jörg. Ich glaube mal, wir wollen nicht erlösen. Es ist Zeit für die Jury. Jörg, setz dich. Also, ich weiß nicht, wie hier das geht, Michi. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, liebes Publikum, man hat da dran gehört, er liebt Sie wirklich, oder? Das war doch ein wunderschönes Liebeslied, oder? Der Dicke ist immer für die höflichen Worte zuständig bei uns. Ich frage mich seit nunmehr zehn Minuten, wie kommt so ein Mann an eine solch scharfe Frau? Es kann nicht an seiner Lippenfertigkeit liegen. Nein, also ich selber habe das ja auch noch nie benutzt, so ein Ditchery-Doo. Werde das ja in der Tea-Time versuchen, liebe Bremer, morgen, liebe Oldenburger, gestern. Und ich kann nicht einschätzen, ob es schwierig ist, aber Hut ab. Ich werde es mir Dienstag anhören. Hörst du Dienstag an? Wir werden sehen, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Ja, dann nehme ich nochmal ein Mikrofon ab. Double faces. Also ich kann nicht mal Flöte spielen, geschweige denn, ich bekomme auch keinen Ton aus dem Saxofon raus. Bis eben kannte ich dieses Instrument auch noch überhaupt nicht. Also dafür denke ich, ich stelle es mir ziemlich schwer vor, dafür war es schon okay. Doch. Es kam ja wenigstens Ton raus. Ja, die Sitzreihen sind voll, Jörg. Ich finde das eine Hochleistung, dass du zu uns gekommen bist und dass du einen Vogel hast, jetzt hast, spätestens jetzt, weil wir dir einschenken. Das ist der Original-OKU-Vogel in limitierter Auflage. Das Ganze könnt ihr auch käuflich erwerben hier bei unserem Sender. Informationen gibt es unter www.okumland.de. Das Ganze handgefertigt mit Zertifikat. Aus der Kleiderkammer. Diesmal, diesmal, schade, dass die das nicht gehört haben. Diesmal nicht von der Kleiderkammer. Nicht. Ich kann das mal eben vorlesen. Wer macht sowas, Michi? Das kommt aus Georgsthal in Thüringen. Das erklärt einiges. Dem will ich jetzt nichts dazu führen. Und wenn ihr dieses Kult-Objekt haben wollt, kriegt ihr gleich unser Programm kostenlos dazu. Jörg kriegt es jetzt schon. Jörg, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ich denke mal, es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Hier. Oh. Hier in der TV-Sendung. Ja, es tut mir leid. Wir hätten ja stundenlang weiter senden können. Aber auch wir dürfen nur begrenzt senden. Derzeit im Hörfunk zwei Tage. Derzeit im Fernsehen ein Tag. Wenn ihr Gefallen am Programm gefunden habt und sagt, Mensch, die müssen die ganze Woche senden, dann schreibt uns doch mal. Oder schreibt doch vielleicht auch an Leute, die sowas entscheiden. Das sind in dem Fall die Landesmedienanstalten. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tschüss, sagt euch, euer Michi. Bis dann.